Hi, ich bin's, Gustav mit F und heute kam das Update mit den Zombies raus. Maxi, Posi und ich hatten extrem viel Spaß dabei, die Zombies zu töten und natürlich da rumzualbern. Alter, die Armbrust ist so geil geworden. Ganz ehrlich, die macht... Das ist einfach eine Waffe, die habe ich gerade einfach Bock zu spielen. Nicht, weil die gut ist gegen Gegner, weil das ist sie leider nicht. Aber die ist so heftig gegen Zombies, das macht einfach nur Spaß. Man hat Spaß, Zombies gerade zu töten. Ich sag's ganz ehrlich, viel Spaß dabei. Ey, warte mal, ist der Bus weg? Es gibt keinen Bus mehr. Oh oh, größte Veränderung. Ja, ich hole mir die zwei Kisten, die hier liegen. Ach, warum Kisten? Bitte, Zombies. Ey, die können doch noch gar nicht gesponsert sein, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, denk mal drüber nach. Ich habe direkt den Revolver. Was sagst du dazu? Die Stimmung gerade, die macht mir so Bock. Dieser Nebel, der ist so gelungen. Da kommt Zombies anscheinend. Und da vorne steht, wir holen uns die kleinen Schäler, die rumlaufen. Die kleinen... Wechseln mich schon wieder. Wo genau sind die? Habt ihr dich schon gesehen? Alter, haben, habe ich schon. Genau über uns ist so ein Stein Ding, oder? Oh, ich hab'n Jump Head. Nehm' ich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist jetzt ein Jump Head? Ne 8, ne? Hey, wachsig. Ich hab' Gegner in Norden. Boah, ich hab' noch einen Zombie hier. Boah, direkt gerade schau'n. Jawoll, Minis! Ich lass' die mal, ne? Für euch. Muss man die Steine zerstören, oder wie? Ja, damit sie nicht mehr spawnen. Und da gibt's auch Superhaut, glaub' ich. So. So. Ich mag's, dass ihr euch alles schnappt. Okay. Euch mir hart verdient. Oh, ja, da. Im Nordwesten. Er geht da vorne. Lass' die holen. Oh, bitte. Da vorne schon. Oh, da ist aber nah. Warte, ich hab' hier, äh, kurz da vorne die Treppe kurz, dann fliegen wir hin mit Shockwave-Granaten. Okay. Reicht das? Hab' ich hin? Ja. Vorsicht, kommt nach oben. Ich schieß' euch beide. Ja. Und mich, also ich versuch'. Jawohl. Perfekt. Oh, lol. Reicht? Hast du den? Jawohl, Mann. Gut, dass ich auch im Team bin. Oh. Ey, lass mich doch in Ruhe, Mann. Warum verletzt der mich? Haben eins mit eins. Oh mein Gott, ich schieb' der Dings wieder. Vor Support fällt. Das macht grad' so Spaß, ne? Äh. Ich hab' mit meinen... Oh. Von oben? Schießen welcher? Vorsicht. Seht ihr gar nicht? Ach, der ist schon hier. Nice, Mann. Den hast du so gegeben. Was? Nein, was denn? Das waren... Das waren ja voll die Pläne. Posi! Richtig gut gemacht. Ja, der Revolver ist bisher echt eher so... Wanna fly? Nice. Der ist bisher echt so... Lala, würd' ich mal behaupten. Wohin? Also Nahkampf... Tilt-tilt? Wenn du gedrückt hältst mit dem Revolver. Was ist das so? Eine Nahkampfwaffe eher, oder? Kein Kampf, aber die ist irgendwie komisch. Die ist wirklich komisch. Okay. Ich leg mal den... Wow. Ähm... Hä? Ich hab keine Schadensanzeige gesehen. Bei den Zombie grad. Wait, hier unten? Hast du ihn? Hast du ihn? Hat er runtergefallen? Ne, ne? Also ja. Ja, aber... Die schlagen auf das Haus im Süden ein. Bedeutet das, dass da jemand drin ist? Was? Die... Die schlagen grad halt auf das Haus im Süden ein. Ja, dann ist da wahrscheinlich einer drin. Ja, deswegen, hab ich gedacht, ne? Und mich verraten ihnen. Also gegen Zombies ist das Ding heftig. Ich mach die ganze Zeit 240 Headshot-Schaden. Das ist voll krass. Ich hab da nebengesch... äh... Au! Jemand auf uns? Ganz oben in der Etage rechts im Haus. Also da... Da ist doch einer drin, ne? Ja. Hast du ja recht gehabt. Ja, lass ihn pushen, oder? Auf, auf. Okay, ich spring einfach runter mit nem Gleiter. Achso, er stimmt. Da war ja was. Na Gott. Wie hab ich das gemacht? Hast du ihn schon? Uh, ich würd den gerne finden. Ich hab auch keinen Plan, wo ich... Der muss hier drin sein. Das ist mehr Luft, der baut sich hoch einfach. Ja, gut. Echt? Ah, der will fliehen, oder was? Ja. Ne. Also, äh... Wir können einfach paar Zombies töten. Da wär ich voll zufrieden mit. Dann kann ich mich ein bisschen heilen dadurch. Da? Ich mag's, dass es ein Geräusch gibt dafür, wenn man Fallen auswählt. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Epic. Man ist stolz auf euch. War ja nicht irgendwo so... Sagen wir gehen hier hoch zu Osten. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Da will ich ja einen Zombies gestorben. Ich will jetzt manchmal einer Sniper eigentlich. Ah. Oh, hier sind zwei Dinge. Ah, okay. Ah, der... Die Ambruchs macht erhöhten Schaden gegen... Ne, zweimal so ein Spawn. Ey, mit Minigun einfach kurz wegmelken das Ding. Ist doch easy, oder? Ja. Oh, looool. Die Ambruchs macht mega viel Schaden gegen die Zombies. Wuuuuh! Wuuuuh! Oh, ich hab's nen Gold in der Gäse. Oh, ich hab's nen Gold in der Gäse. No Scope! No Scope! Ich hab's nen Gold in hier. Oh, nice! Let's go! Komm her! Waaaah! Minigun mecken! Minigun! Wuuuuh! Wuuuuh! Oh Gott! Der hat gewechselt. Yay! Ich bin mir nie mehr bewegt, Mann. Hat der irgendwas bekommen? Äh, also Kuls fallen lassen? Oh, die Sniper, die Goldene. Und dann gleich, der steht außerhalb auf mich. Und dann gleich, der steht außerhalb auf mich. Und dann gleich, der steht außerhalb auf uns, Leute. Okay. Alter, es sind grad so viele Zombies hier. Oh mein Gott, sind das hier. Oh, ja, oben bei 75 circa. Ah! Oh, bei mir hier! Ach, scheiße! Bei hier! Nord-Osten, die sind schon bei mir. Komm, Herr Gustav. Ich hau grad erst mal ab. Danke. Ja, sweet. Okay. Nice. Sehr schön. Oh Gott! Ah! Zombies, ey! Ah! Ich muss nachladen. Lass mich doch mal nachladen, Jungs! Ey, Mann! Also, hier kann keiner sagen, Mann, dass man nicht gegen die Zombies kämpfen muss. Die können die einen nicht in Ruhe lassen, Mann! Ja. Eichter Schwede! Hallo, Gustav! Was denn? Einfach geradeaus und gönn mir einen Chak-Chak. Hehehe! Einfach offen stehen. Okay. Ich geh in den Wrubler wieder. Oh, hier ist eine P90. Ja, gut. Aber ganz ehrlich, der, der, die Ambus ist mega stark gegen die. Ja, okay, warte mal. Nein, komm! Weg hier! Und weg hier! Zone kommt, ne, Jungs? Ja. Das hat grad schon viel Spaß gemacht. Holy Shit, ey. Wuuu! Ich hab nicht 69 Kills von den Zombies. Warte doch. Wie viele? 69. Ich bin grad absolut durchgegangen. Ich bin grad absolut durchgegangen. Ich dachte alle hier. Ey, die haben mich grad so verfolgt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich wusste die töten. Mal die töten. Hat da grad nicht jemand aus Nordwesten geschossen? Mit nem Bogen? Kann das sein? Armbrust natürlich. Ich hab nichts gesehen. Vielleicht war's nur bei euch so. Ne, da schießt grad jemand. Wer sind? Ja, ja. Da gehen wir hin. Machen. Direkt. Direkt. Bau, bau auf die. Bau, bau. Einmal getroffen. Jawoll. Okay. 300 hab ich ihn getroffen. Warte einfach hoch, vorne hinfliegen. Warum machen wir das nicht? Du hast vollkommen recht. Ja, ich... Keine Ahnung, Mann. Oh ja, kommt's auch hoch. Ich will ihn mit dem Armbrust treffen. Das ist wie du damit abgehst, ist so geil. Schön, dass ich Fallschaden bekomme, weil ich ein Idiot bin. Habt ihr den schon? Jaja, ich hab ihn. Ach, der ist ja oben gewesen. Ja, wir schießen einfach runter. Er hat irgendwo noch einen Freund. Ja. Ne, der kämpft ja ja gerade gegen die Zombies. Ich dachte, der kommt mit Rift an. Nein, wofür du? Ich weiß grad nicht, wo ich angeschossen wurde. Aua. Oh, ist das grad geil, Alter. Das geht so ab. Komm, gib mich weh. Ah, die spawnen neu. Ich brauch unbedingt chillt mal langsam. Ah ne, stimmt. Jetzt brauch ich's nicht mehr, weil ich hier die ganze Zeit töte. Ah, go away. Jawoll. Kannst du pass auf, du wirst gesnipet? Ah. Ah. Oh, lol. Bob, go away. Hey, dober Zombie. Oh my god. Wo sind denn die 300 Checker? Wo sind denn die 300 Checker? Ach, da vorne. Komm mal, wenn wir hier erneuern, kommt die Wand. Ah, nein, mal bitte. Ja, oder pull ich mit der Spitzsacke zurück. Hehehe. So, was ist hier? Ein Mann ist da. Hehehe. Wer hat die genommen? Hehehe. Wer hat die genommen? Hehehe. Hehehe. Hey, wie jung. Das kommt einmal? What the fuck? Oh, ich hab nichts dazu bauen. Ich hau ab. Und tschüss. Lol, wie ich das absolut nicht gemerkt hab. Hehehe. 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 Er hat mir voll weh getan, Mann. Oh, da bist du wohl tot gegangen, ne? Bamz. Oh. Boah, beide Heal. Ja, ich bräuchte auf jeden Fall Heal, ja. Seh ich auch so. Ah, stimmt. Oh, shit. Ich hab nichts mehr zu bauen. Bin runtergefallen. Alles klar. Dankeschön auf jeden Fall. Ich hab hier oben noch Minis. Minis sagst du? Du bist da oben. Okay. Ja. Warte mal. Ich kann halt nicht hochkommen, ne? Ich hab nichts zum hochbauen. Können die einfach mal ein paar Zombies? Ja. Mach ich. Ja, stimmt wohl. Ich hab die ganze Zeit gebrockt worden. Das werde ich mir sowas von nehmen. Ich losguck die ganze Zeit mit der Ambruch. Die ist so hälftig die Ambruch. Deiner Zombie. Deiner Zombie. Deiner. Deiner Sarien. Wollen wir das dazu noch rauskennen? Ich helfe dir. Soll ich mal versuchen? War zu? Also was bringt das? Hehehe. Das sieht witzig aus. Das tut es wohl. Und fast ist das tot. Und come on. Come on. Ein Schuss noch. Jawohl. Was hat er gedroppt? Der macht immer eine goldene Stripe. Kann das sein? Oh, Raketenwerke. Töte alle. Soll ich? Es liegt nur noch einer. Können wir die letzten Quickshotten? Ja klar. So, ich bin bei über 100 Zombies getötet. Das hat sonst nichts zu tun, der Typ. Ich komme nicht dazu, um irgendwas zu nehmen. Ah, da ist er. 240 oben drauf ist er. Seht ihr den? Da wo diese Steindinger gebaut sind. Oh Gott. Wir wollen einfach nach oben. Gott, die Zombies holen. Macht einfach so Spaß. Ja, das macht schon echt Bock, Mann. Das ist, das ist sehr geil. Er ist so am strugglen gegen die Zombies. Oh shit, ich habe nichts zu bauen, Mann. Ich kann mich nicht gegen seine fucking Raketen wehren. No. Hilft mir. What the heck, wo bin ich? Niemand weiß es. Ah, der goldene Zombie. Ihr macht das schon, ne? Ich kümmere mich um die Zombies einfach nur entscheidend. Ey, der hat einfach so viele Pfeile gerade eben in dem Kopf stehen. Oh mein Gott. Nein. Der wird zum Raketenwerfer. Ja, das nervt schon, ne? Ja, ich habe nichts zu bauen. Ich habe halt immer noch nichts zu bauen. Ja, same. Ich würde den einfach holen. Ja, könnte man machen. Oh, schade. 1, 2, okay. Ey, der Typ ist nicht schlecht, kann das sein? Ja, er kann echt gut bauen. Ja. Und Raketen davon ohne Metz und Riss halt. Ja, genau. Du kannst halt nichts machen gegen den, wenn er Metz hat. Ich muss da farmen lieber ein bisschen oder so. Wo, was soll ich denn farmen hier? Er hat mich. Bitte macht den einfach fertig. Der war so frustrierend. Der hat aber auch unendlich Metz, kann das sein? Ja, wo? Was? Wie wir einfach alle machtlos waren gegen diesen scheiß Raketenwerfer. Vor allem, du guckst ihn so richtig an und du weißt einfach, ne? Kannst einfach nichts mehr machen, ja. Ja. Der baut sich immer hoch und schießt die Raketenwerfer runter. Ja, würde ich auch tun. Super. Das geht gut, ey. Tellen wir oben. 2 Ozeen für die Winters.